Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Drakengard, Kapitel 3, Vers 1, beginnen wir die Wüste im Mondschein. Und ja, ich habe die Waffe bekommen, aber ihr werdet sie später sehen. In Action. Ich liebe diese Waffe. Zumindest die Magie davon. Die Verbindung mit der Stimme Wörde, der es dem Keim Furiei und Inuat anvertraut hatte, bricht unplötzlich ab. Besorgt um deren Sicherheit fliegt Keim in die Wüste, wo Furiei und die anderen ihn erwarten sollten. Oder sollen, aber... Wie wäre es mit sollten, denn die anderen sind weg. Also es ist mehr so ein... Er sollte doch warten. Ja, um mich zu retten zu retten. Also... Der Dungeon muss sich nahe sein. Sprechst du, und wir können sie finden. Ich werde sicher sein. Ich bin eine Gottesdauer. Bitte, Kain. Du musst Inuart und Verdolay schützen. Hat keine Kräfte. Der Hohepriester Verdolay und Inuart wurden von der Imperialen Armee verschleppt. Um die beiden zu retten, des Keim Furiai zurück und fliegt in den tiefschwarzen Nachthimmel, um den Imperialen Gefängniskärker zu erreichen, wo er sie vermutet. Ich denke nicht, dass sie 20.000 Gefängnisse in der Wüste haben, also... Naja. Sollte nicht so schwer sein, die zu finden? Es ist die Schmerz. Ich kann es nicht sehen, wenn er schwebt. Denn ich habe es nicht. Nicht unbedingt. Ah, verletzt. Oh Gott, dieser Greif, ne. Oh mein Gott, es ist okay. Meine Güte! diese greife 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 nicht mehr zeug ich weiß nicht griffen greife wir können einem anfang ganz schön auf den senkel gehen ich glaube diese steine mit ihrem blöden magie da gebe ich ihr recht die göttin darf kein mann mehr haben oder kann kein mann mehr haben so sehr sie auch liebt das ist eine extremst verlorene liebe das wird nicht funktionieren das ist schon tragisch eigentlich deswegen sage ich das ist eine sehr tragische geschichte eigentlich nur mit sehr viel blut vergießen morden und greifen könntest du bitte einfach sterben gehen kann das ist das so schwer nein du kannst es doch diese greife damit greifen wie auch immer mystische wesen die mir wehtun wollen so jetzt habe ich es aber ich glaube ich habe ihn in der luft noch getroffen und zerfetzt dann hier frage selbst wenn er es kann interessiert ist das ist eigentlich die interessantere frage dabei ja eigentlich zwei schusse tot aber nein diese dämlichen greife die sind ja so so hartnäckig und ab und zu ziemlich schnell nicht immer aber wozu wenn sie es gerade mal wollen wenn ich dann nicht das wäre der ich wollte schon sagen also wenn das sie nicht platt macht dann weiß ich auch nicht so das dürfte der letzte gegner gewesen sein auf zu unserem hauptziel gibt es eigentlich eine karte für habe ich nie überprüft zu spät gibt es eine karte nein scheinbar nicht ihr habt es gesehen 33 33 ist die angriffsstärke des drachen nachdem ich die ganze zeit diese freie luft expedition neu machen musste 33 wow oh gott mich direkt vor der balliste absetzen ist äh sagen wir einfach es ist nicht die beste idee die ich vielleicht jemals in meinem leben hatte und ihr werdet gleich sehen warum ich diese magie der waffe echt extrem gut finde dafür muss ich allerdings noch ein paar gegner vernichten die vernichte ich jetzt auch ohne die magie das geht nämlich ein bisschen schneller beziehungsweise es spart mir die energie denn hier diese magie kostet mich zwar ein bisschen lebensenergie aber ich kann einfach durch die gegner wegrennen es ist also briss gegen reward mäßig aber die magie selber ist äußerst stark und im normalfall wenn man es nicht unbedingt übertreibt dann ist diese magie sehr hilfreich und die meiste zeit wird man dabei nicht unterbrochen die gegner können einen dabei unterbrechen sie müssen einen richtig treffen dann gibt man halt dabei um das funktioniert wirklich in der tat aber die meiste zeit machen sie es gar nicht so die andere waffe ist die der blut das waffen jungfang klinge ich glaube das war es schon wieder der tyrannen hammer persönlich wenn ich normal kämpfen würde würde ich immer noch auf die lanze hier setzen oder keinem schwert das ist zum beispiel auch immer noch eine sehr gute waffe besonders die magie hat es noch in sich also das bleibt aber jedem sich selbst überlassen welche waffe er da gerne benutzen möchte diese gegner hier sind nur ein bisschen stärker als die normalen truppen und wenn man wieder energie gesammelt hat kann man genauso gut einfach wieder wechseln und die gegner zerschnibbeln mit der eigenen lebensenergie warum auch nicht ich werde vorsichtig sein aber ich finde sehr interessant dass es scheinbar nicht ganz normal ist dass leute einen pakt haben aber alle leute wissen was ein pakt ist jeder weiß wie man einen pakt schließt jeder weiß was man dabei machen muss aber es ist nicht gang und gäbe dass die leute einen pakt haben sondern es ist trotzdem eher ungewöhnlich keine ahnung wahrscheinlich weil man nichts hergeben möchte oder so aber es kommt mir ein bisschen seltsam vor das schöne an lanzen ist ja die tatsache dass sie eine große reichweite haben würde ich sagen jetzt kann ich erstmal mit magie hier rum spam theoretisch könnte ich jetzt auch wieder da muss ich aber erstmal die magie aufladen leider wieder soweit ihr einmal wechselt ist eben die magieleiste leer was ein bisschen negativ ist ich möchte diese bogenschützen umbringen weil die mir auf den sack gehen werden aber ihr werdet mich das nicht machen lassen ich war ja okay oh mein oh mein goodness oder so ähnlich du da komm her lass dich zerschnibbeln und gutes jetzt haben wir gewonnen hahaha sag ich doch ja mein gott ich bin noch da willst du denn noch man kann man auch 228 lp durch das ganze training durch die ganzen tode die ich verursachen muss nur um meine waffe zu leveln das ist ist nicht ohne ist nicht ohne muss ich sagen wollt ihr mich aufhalten oder seid ihr meine freunde ich wollte schon sagen wollt ihr mich aufhalten seid ihr böse augenstein nicht nein oder bist du blind ich glaube du hast deine haare eingebüßt du wirst du br Us gönnend haben die du wehrd die du wirst du Die Gottes' Leben ist in großem Gefahr. Die Säden der Resuranz? Die Humorien verwirren sogar mythen für ihre eigenen Wurzeln. Bitte, Hilfe! Der Empfehl muss nicht in diese Heiligen Pläne zerstören. Die ganze Welt ist in Gefahr. Nein, tun sie nicht. Das Imperium plant die Zerstörung der Siege und den Worte an der Göttin, jetzt will ich Könige sagen, um die Kokons der Reinkarnation heraufzubeschwören. Keim bricht zum Wüstentempel auf, um das Siegel vor einem imperialen Angriff zu schützen. Edoard wurde indessen in ein anderes imperiales Gefängnis gebracht, wo eine dunkle Stimme des Kultes der Wächter unentwegt auf ihn einredet. Ich könnte sie schützen und machen sie mein eigenes Leben. Stop es! Geh sie in meine Arme, sie zu keinen Mann, meine Begründung. Sie will nur mich lieben. Bitte, stop. All meine, Freie, all meine, all meine, all meine, all meine. Kein Mann kann sie haben, kein Mann, nicht sogar Kain. Nein, nein mehr! Aber ich, nur meine, all meine, all meine, alle meine, alle meine. Freie, nur meine, ich, 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 ich. Beleum, viel, viel, beleum, beleum. Es ist nur auf mir, diese, auf mich. Die Frau wird sterben. Derjenige, der sich als die Zeile, muss die Strain getötet werden. Die Schuld wird sie zerstören. Nein! Sie ist nur eine normaler Frau. Derjenige, der hinter dir liegt, schreien und freiwillig. Wenn sie wieder eine Frau ist, kann sie wieder eine Frau werden? Seit vielen, vielen Jahren. Was muss ich tun? Ich will sie helfen. Du brauchst Kraft. Kraft, die aus einem Krieg mit einem Dragen kommt. Chayim. Chayim kann helfen. Chayim. Versteh ihn in seiner Gratitude und Liebe. Sie ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Sie sind meine Frau. Sie sind meine alleine. Sie lieb sind meine alleine. Wenn nur ich diese Strain habe. Wenn nur ich diese Strain habe. Emotionale Folter, würde ich mal sagen. Funktioniert. Auf Werdedays Bitten hinfliegen Kaim und der Drache zum Wüstentempel, der eines der vier Siege birgt. Doch in der glühenden Hitze des Wüstenhemmels erwartet sie bereits eine Einheit von Gagylen. Grässliche Kreaturen geboren aus leblosem Stein. In der Tat. Grässlich. Ich mag sie auch nicht. Bin dabei, bin dabei. Naja, wenigstens ist dieser Gargüle weg. Ha, das ist gut. Bin nicht zu sagen ausgezeichnet. So, die sind weg. Die beiden sind weg. Und weiter. Einer Güle. Wem wundert das jetzt. Nach der Missionsbeschreibung. Noch mehr von diesen Gargülen. Meine Güte. Also ja, story-technisch ist es wirklich so. They are trying to destroy a seal, it takes the world. Story-technisch ist es so, je mehr Siege zerstört werden, desto schlimmer wird die Last auf ihrer Schulter und desto mehr Schmerzen erleidet sie. Das ist nicht gut. Muss man so noch nett auszudrücken. Da denke ich jedes Mal an Zelda irgendwie. Wenn er ankommt. Äh, Wüstentempel. Au. Ah, diese ganzen Steinchen hier, ey. Meine Güte. Schaut euch das an. Mein Gott. So viele davon. Weg. Selbst das reicht nicht. Oh mein Gott. Forham ist es. Agua. So. 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 Ich weiß, ich bin auf dem Weg. Ich kann mich auch nicht viel teilen. Ich habe nur einen Drachen. Nebenbei bemerkt, es ist echt schön, wie sie jetzt im großen Ganzen Inuat komplett ignorieren. Wird schon. Keine Ahnung, wo der ist, aber wird schon. Ich weiß nicht, wieso sie sich das einfach so zurechtdenken, aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn es um die Verteidigung des Wüstentempels geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Auf Wiedersehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielen Dank.